In diesem Video zeigen wir, wie LED-Streifen ganz einfach mit einem gewöhnlichen Taster gedimmt und geschaltet werden können. Wir benötigen hierzu einen LED-Controller mit sogenanntem Push-Dim-Eingang, wie zum Beispiel den LK55-2. Diesen haben wir hier bereits mit Netzteil und LED-Band verbunden. Das Prinzip von Push-Dim ist denkbar einfach. Werden die beiden Kontakte des Push-Dim-Eingangs kurz miteinander verbunden, schaltet der Controller die LEDs ein oder aus. Werden die beiden Kontakte länger miteinander verbunden, dimmt der Controller die LEDs auf oder ab. Wurde zuvor hochgedimmt, wird beim nächsten langen Kontakt heruntergedimmt und umgekehrt. Immer im Wechsel. Der Push-Dim-Eingang kann nun mit einem handelsüblichen Taster verbunden werden. Wir verwenden hier ein Modell der Marke COP. Es kann aber prinzipiell jeder Taster verwendet werden. Verbunden mit dem Lichttaster kann nun sehr einfach eine kabelgebundene Lichtsteuerung realisiert werden. Dabei können auch mehrere Taster eingesetzt werden, die ein und denselben Controller steuern. Genauso kann ein Taster bei entsprechender Verkabelung mehrere Controller steuern. Genügt die Ausgangsleistung des LED-Controllers nicht für die gesamte angeschlossene Leistung der LED-Streifen kann mit Repeatern beliebig verstärkt werden. Zusätzlich kann der LK552 auch mit verschiedenen Funkfernbedienungen gesteuert werden. Push-Dim-Eingang und Funkfernsteuerung arbeiten dann parallel. Der Controller merkt sich zudem die letzte Einstellung auch bei Stromverlust. So können Sie bei Bedarf auch weiter zusätzlich ganz normale Lichtschalter verwenden.